hallo ich bin wieder da in dieser wunderschönen doch brutalen welt von rust und beim letzten mal hatten uns ja hier wie heißt es so eine kleine bude gebaut eine starter base wie es so schön heißt und die steht auch noch der geht gut wir wollen aber jetzt versuchen uns so kleinen ofen zu bauen dafür brauchen wir natürlich dass hier das ist klar aber wir brauchen auch vor allen dingen dieses komische wisst ihr dieses öl da dieses wie heißt es sind ach wo sieht man es denn hier dass da das hier erwartet ja das da das brauchen wir und davon viel also brauchen entweder tierfett und kleider aber wir haben nichts davon und deswegen suchen uns jetzt mal hier einen schönen weg für hier runter zu kommen weil ich will da auf die straße gehen ich sollte man auch zeugs abladen bevor wir losgehen mein fehler auch in eine kiste die stellen wir jetzt einfach mal hierhin und jetzt pack mal hier die sachen rein das hier mal raus so lagerfeuer lagerfeuer könnte man noch setzen das hier könnte man auch essen aber das legen wir mal gerade hier rein ja und lagerfeuer denn der fackel brauchen wir sind unbedingt ich schlägt das flagger hier 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 wo bestimmt was denn hier ist schön so wie dazu wieder auf wieder zu so jetzt spuckt man mal gerade noch hier die kürbisse und wohin hier hier da da und da 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 so sehr gut jetzt kann man wirklich los überhaupt gesagt immer runter wo kommen wir dann hier am besten runter vielleicht hier so nicht den fuß brechen okay alles klar alles gut da kommen wir drunter jetzt müssen uns erstmal weg nach unten waren ist das hier ein schöner stein oder ist ein schöner stein oder müssen wir uns merken aber wir müssen jetzt wirklich erstmal die eine sache machen dafür gehen wir jetzt hier auf die straße auf die straße gehen wir und wir brauchen so rote fässer die glaube ich die haben nämlich das was wir brauchen wenn wir die speziell finden würden wäre das super läuft da irgendwas über dem wasser das war das so seltsam angst aber gut was auch immer das war also wie gesagt hier gibt es eine straße und ich weiß dass wir die schilder auch abschlagen können dann zum outpost gehen können wo uns nichts passiert weil das ergibt eine safe zone und dann können wir da an so einem komischen häcksler die schilder die wir dann abgeschlagen haben zu wertvollen zu wertvollen metallfragmenten machen und überhaupt dass das ist schon mal ganz gut dass wir das wissen aber jetzt müssen wir uns mal gucken ob es hier der straße irgendwas wertvolles gibt was wir gebrauchen könnten und menschen wartet die hier was was gibt das hier jetzt nicht pieksen hat es gibt auch kleidung gut ja ist okay ja dann machen wir gerade den hier platt scheiße ach verdammt was zur hölle was war das ja gut dann geben auch mal die andere richtung weil vor einer richtung ist auch gut warum hat es denn da oben gemacht habe ich mich erschrocken ja gut dann halt nicht immer jetzt mal grad hier lang und vielleicht könnten uns ja mal ein bogen machen vielleicht können wir uns ja unten eine form von waffe machen weapons hier bogen wood und kloß ja könnte uns per se machen ich gehe jetzt einfach mal hier über die fässer wir sind ja wenigstens fässer da ist ein rotes fass wir gucken jetzt einfach mal was hier drin ist jetzt geht das los hier wieder mit dieser angst dass man angst hat jederzeit wieder wisst ihr das ist ein rotes fass rotes fass rotes fass gibt mir das rote fass ja damit mir meins ja hier 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 dass das dass das hier das brauchen wir das brauchen wir okay 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 so hier ganz vorsichtig warum hat er da eben bummen gemacht hundert mir und jemand erklären also erst mal hier alles einsame unter die finger bekommen so hier und hier öl die roten fässer das werden jetzt unsere lieblings ist jetzt meine axt schon kaputt wow okay gut dann machen wir eben halt hier mit weiter und holen gerade hier auch sehr gut ja das ist auch sehr gut okay 12 12 wir jetzt doch holz hätten was wir jetzt wieder nicht haben dann könnten wir beim outpost hier das ja das klappt das machen wir brauchen nur noch holz das hier ist ja ein baum moment hier jetzt immer eine safe so und jetzt dürfen nun stein in der hand halten also es wird mal getötet von der safe zone weil die sind da sehr brutal die mögen keine gewalt ich könnte nachvollziehen ich mag ja per se auch keine gewalt aber ja so jetzt haben wir schon ein paar metallfragmente was sehr schön ist aber aktuell kann ich jetzt noch nichts damit anfangen kann ein bisschen warten jetzt geht dunkel und gedunkel können wir gerade ein bisschen auf den baum hier einschlagen ja das geht okay gut ja danke 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 ich denke ich kann ich will losgehen ich denke 100 holz reicht jetzt okay seht ihr hier hier sind so geschütze und wenn man dann hier und wieder waffe trägt oder blöd kommt dann schießen die einen ab da sind die da regel aus nur dort machen wir einfach so so er hier laufen sowieso so fritz ist rum wir sind aber ganz nett wie gesagt wenn man den nix tut und wo kommt man denn hier rein und gedunkelt das ist natürlich toll da sehe ich ja nichts mehr habe ich die fackel dabei ja ich habe die fackel dabei darf man auch die fackel in der hand halten ja das darf man auch kommt leg lieber alles ab hat nichts in der hand und siehst du feindlich aus so wenn wir jetzt hier lang gehen dann kommen wir hier rein was ist ja schon hübsch ist ja schon sehr hübsch hier okay gut hallo okay dass der der aufbau ist gleichens geblieben deswegen kenne ich mich jetzt hier aus und da läuft einer lang er macht jetzt genau das gleiche was ich jetzt vor habe deswegen warten wir gerade bis der da fertig ist ich will dem jetzt nicht mehr quere kommen gleichzeitig habe ich jetzt angst hier irgendwas ich kann jetzt gerade hier reinschmeißen der wird uns jetzt nicht hier und wie das ganze kaputt machen das macht er nicht so das machen wir gerade an und bewachen ist weil wo ich jetzt beim letzten mal so wisst ihr so meine ruhe hatte weil bei den letzten tagen jetzt vor dem vibe da konnte ich ganz natürlich stehen machen tun hier war keiner aber jetzt ist da ein anderer spieler und jetzt habe ich dementsprechend angst hat er mir hier und wie die sachen hier steht bitte das will ich nicht das ist meine sachen er kann der seine sachen bald oder das ist jetzt meins alles was jetzt hier rauskommt gehört uns deswegen holen wir das direkt mit also das hier jetzt schon genügend wie viel brauchen wir denn für so ein hier so ein steiner und 50 50 ok 50 alles klar dann dauert das jetzt gerade ein bisschen wenn das jetzt fertig ist versuchen wir mal dahin zu gehen wo der gerade da war wir haben sogar schon ein high quality metal metall stück teil damit können wir trotzdem nichts anfangen aber ich freue mich das ist ein anfang und damit wisst ihr da kann man die 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 wände ganz stark aufbauen so ist er jetzt weg hat er jetzt sein zeug raus geholt gut dann sind wir jetzt dran und schmeißen das hier da rein so das ist meins das ist meins da darf mir keiner wegnehmen wir hier rein nein aber das ist gut wenn es jetzt dunkel ist kann man vielleicht sicherer nach hause als wenn es hell ist ich hoffe ich schaffe mir das weil wir brauchen den ofen wiederum wisst ihr jeder hier das ding hier das vorne ist für dann ist das einfach mal schmelzofen ja die schmelzofen brauchen wir für dann die metallfragmente einzuschmelzen und dann kriegen wir das hier raus hier diese metallfragmente und dann und gibt mir meins jetzt muss ich bleiben nicht dass er mir das klaut per se brauchen wir hier die kohle noch gar nicht auch mehr für munition und so so weit sind wir ja noch nicht aber was man hat hat man was man auch hier bei rust hat können sie dann schon direkt klauen das ist toll was die vorarbeit für die so jetzt bin weg ja ich bin ja weg ich bin jetzt weg so warte hier um was wurde geschrieben weil the price ist so expensive they will go down every tree aus real life time morning morning so jetzt schreiben auch mal morning so jetzt wissen sie bescheid so jetzt geht der daran jetzt haben wir was wir brauchen jetzt müssen mehr nach hause wo wohnen wir denn ja die richtung ist schon gut dann muss man nach rechts gehen hat hoffentlich schaffen wir das so moment man muss freundlich sein hallo er mag uns das schön ist schon mal gut man sollte ja freunde haben so wir haben aber hier keine freunde das ist das problem so jetzt müssen wir uns wieder nach hause jetzt hat er gesehen welche richtung ich jetzt ist die große frage die kommen wieder nach hause jetzt nicht bitte nicht ein stacheldings reintreten da unten brennt licht aber ich glaube das ist ein kaputtes auto ja ja jetzt müssen wir und wie heim und hier sind viele felsen wie kommen wir jetzt nach hause ich kann jetzt keine fackeln machen tut mir jetzt leider das für euch so dunkel ist aber für mich ist es sonderlich heller zu kalt ja toll könnte das immer klamotten machen das machen wir gleich auch wir könnten uns einfach klamotten machen wir machen uns jetzt einfach mal hier hier die 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 schuhe und und ohne hose ich denke das ist eine gute vorlage genau wie wo kommen wir denn hier hoch ich sehe nicht das ist nicht gut ich habe gehört okay man kann anziehen so weiß mal die 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 bürmchen da raus komm mal hier hoch wir müssen bogen machen vielleicht bleiben wir hier eine wand ich glaube wir müssen bogen machen und nützt nix ich kann auch gerade noch eine hose anziehen so ich sehe ja direkt angenehm jetzt haben wir schon einen schutz von keine ahnung 10% ist doch ein anfang ist doch ein anfang jetzt kommt bleibt optimistisch seid nicht wie ich komm mal hier hoch nein okay dann vielleicht hier hoch ja hier geht's hoch hier geht's hoch wir müssen noch mehr wir müssen noch höher ja vielleicht schaffen wir es hier ich darf jetzt nicht die fackel rausholen die sehen uns die wölfe heulen das ist toll das ist sehr einladend vielleicht hier hoch es gibt ja auch nachtsichtpullen die würde ich jetzt doch feiern wenn ich eine an hätte und wenn ich wüsste wie man die baut aber das wissen wir jetzt noch nicht wir wissen jetzt nur dass wir irgendwie im dunkeln tappen müssen das sieht doch gut aus ja 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 wo wohnen wir ist das hier unser gebäude das ist ein stein ah da sehr gut okay ich glaube ich glaube hier wohnen wir also rein geschafft seht ihr das ist das aufregende hier bei Rust ihr findet das bestimmt alles harmlos ich dagegen hab voll die Panik so unterscheidet man sich Menschen sind ja unterschiedlich wo haben wir da jetzt das da was brauchen wir Stein und Holz das haben wir hier drin holen wir Stein holen wir Holz reicht das? ja das reicht und bauen wo parken wir den jetzt? ich würde sagen den parken wir jetzt einfach hier direkt da rechts daneben ist doch egal oder? wir könnten hier noch eine Zwischentür machen ginge das? ja ja building decaying achso wieso was fehlt denn? ihm fehlt Stein hat mir nicht doch irgendwo Stein gehabt? so das haben wir jetzt gebaut ne? dann legen wir das hier mal da rein und das hier und das da achso damit können wir eine Tür bald bauen aus Metall dafür müssen wir aber wartet der kleine meckert ich lass ihn mal grad rein der kleine Neo kleiner schwarzer Kater so jetzt guck doch mal Neo wir haben hier jetzt einen Welsofen wo können wir wartet ich will mal grad noch was anderes ausprobieren wenn wir hier noch eine Zwischentür rein machen würden das wäre hier ich mach das mal grad einfach um zu sehen ob wir den hier jetzt doch da hin dann könnten wir uns hier bücken und kämmen hier ein Alst dran das ist gut so will ich das haben jetzt legen wir hier das hier rein und holen das hier und verteilen das jetzt einmal so und einmal so und an sehr gut das ist die Grundlage und wir holen das hier noch weil wir noch davon ein bisschen haben und teilen das wieder auf ungefähr so und Grundlage ja das ist gut das ist gut das ist gut wenn wir jetzt ein bisschen davon haben können wir uns direkt eine neue Tür basteln die wir dann hier machen aber hier ich hab Fireflies Mitteldoor noch mir vor Jahren mal zugelegt weil ich die so hübsch fand und Fireflies wisst ihr von The Last of Us ganz tolles Spiel und die könnte man dann auch hier einbauen das wäre dann wäre eine hübsche schöne Tür und dann brauchen wir natürlich noch eine Zwischentür und dann brauchen wir noch viel mehr Stein und das hier könnte man vielleicht mal gerade da reinlegen damit man das die ganze Zeit am Leib tragen ich denke das ist eine sichere Sache ja jetzt ist das jetzt wird das geschmolzen und dann sind wir auch revolutionär so weit dass wir hier zwei Türen machen können und dann wäre der nächste Schritt so viel Zeug zu sammeln dann hier in der Bude parken um dann eine gute Grundlage zu haben um dann die eigentliche Basis zu bauen die ich mir vorgenommen habe und die ich mit dem Spiel Moment warte lass mich mal gerade gucken und zwar dieses Fortify was man auch bei Rust erwerben kann für einen kleinen Preis da kann man nämlich mal gerade wisst ihr dieses Layout wie man bauen will da sich ich sag jetzt mal künstlerisch bedienen um zu gucken wie kann man denn eine Basis aufbauen die einigermaßen sicher ist da ich aber jetzt keine Ahnung habe per se von Basisbau bei mir ist das alles immer murksig hat es ein bisschen gedauert bis ich bis ich was gebaut habe wo ich gedacht habe okay habe ich so noch nicht gesehen ist okay könnte man vielleicht nachbauen allerdings gibt es da einen Clou es gibt da einen Twist und da muss ich eben halt gucken wie ich das realisiere und dafür brauche ich sehr viele Sachen und die müssen jetzt erstmal gebaut werden und das braucht Zeit und deswegen machen wir uns jetzt erstmal eine Tür was habe ich jetzt gesagt wir machen aber zuerst hier die Tür die ist unauffälliger 150 Metallfragmente das reicht nicht na gut naja ihr wisst jetzt was ich vorhabe wir waren jetzt erfolgreich wir haben jetzt unseren Schmelzofen hier der sieht sehr hübsch aus ich hätte noch gerne andere mit einem anderen Modell wisst ihr man kann sich ja hier austoben ja wir könnten ja sogar irgendwann mal hier ähm uns ein Schlagzeug bauen oder ein Piano aber ich hätte keinen ich hätte Bock auf dieses diese Drums aber dafür brauchen wir auch Platz und dafür brauchen wir eine größere Basis und das geht jetzt noch nicht da müssen wir einsichtig sein und es ist dunkel deswegen würde ich sagen lasse ich das jetzt hier erstmal durchbrennen und dann gucken wir uns das beim nächsten Mal hoffentlich an wie es dann weiter geht ich bin gespannt ob wir so lange überleben und ob so lange die Basisstand hält ist das Wuchtet denn schon wieder hell? ja 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 ich höre schon die Vögelchen zwitschern es wird schon wieder hell das ist sehr gut ja dann würde ich sagen bedanke ich mich für zuschauen und wünsche euch noch eine wunderbare Zeit was auch immer das bedeutet in diesem Sinne Tschö. Tschö, 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 tschö.